Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Am Wochenende ist wieder Splatfest Zeit mit einem Livestream am Samstag ab 18 Uhr. Und es ist das Blütenfest, aber was ist das Thema dabei und welches Team werde ich sein? Das werden wir jetzt hier herausfinden. Ja, Streamen gibt es, weil ich habe euch gefragt, wollen wir lieber einen Splatoon 3 Revierkampfstream machen übernächste Woche oder lieber einen Splatfest streamen. Was hättet ihr mehr, was hättet ihr lieber und da eindeutig Splatfest streamen. Ich glaube, es hat sich keiner für normalen Streamen entschieden, sondern alle für Splatfest. Also, daher machen wir das dementsprechend auch. Und jetzt die Splatfest-Ankündigung. Ich weiß noch nicht, welches Thema, ich weiß nur, dass es ein Blütenfest ist. Vielleicht, welche Blumen magst du am meisten? Tulpe, Narzisse, Osterglocken, ne, Krokus gibt es ja noch. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, sowas wird nicht existieren. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, was jetzt hier für ein Thema dran kommt. Naja, bitte mal jetzt hier mal sagen hier. Frühlingszeit, die knuffigste Zeit. Okay, was ist die Frage? Küken, Kaninchen, Bärchen, was am süßesten ist oder was ist da jetzt los? Ja, maximale Knuffigkeit. Was ist das knuffigste hier? Aktuell hier. Okay. Ja, hm. Beim Hasen bin ich so abgetan. Das liegt aber vielleicht auch an der pinken Farbe. Der Teddy sieht jetzt aber auch nicht so toll aus. Ich glaube, ich nehme das Küken. Ich glaube, ich nehme das Küken. Aber es ist irgendwie... Was hat das mit Frühling zu tun? Verstehe ich nicht. Naja, ja, okay. Ähm, wo ist denn hier? Wahl. Ich denke mal, fluffige kleine Küken sind das allergoldigste. Knuddelweiche Kaninchen sind das kuscheligste. Putzige Babybärchen sind das super süßeste. Also an sich, so im Relive, wenn ich mir so im Relive vorstelle, sind Hasen schon echt toll. Hasen sind echt toll. So Bärenbabys kenne ich jetzt nicht so. Habe ich nie irgendwie... Nee. Keine Ahnung. Kann ich mir auch wenig vorstellen. Und halt solche kleinen Küken sind halt auch verdammt putzig. Aber dadurch, dass mich die pinke Farbe hier so ein bisschen abschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich aktuell mehr dabei, Küken zu nehmen. Aber ich nehme mir heute noch ein kleines bisschen Gedenkzeit. Zum Ende des Parts werde ich mich entscheiden. Das heißt, ich entscheide mich jetzt noch nicht. Wenn ich Tritons Hirner haben möchte, dann muss ich mich jetzt schon entscheiden. Ach Mensch. Ich weiß es doch nicht. Ach. Tritons Hirner brauche ich nicht. Heute ist aber mal wieder eine Waffe aus dem Shop dran. Tatsächlich. Ja, hatte ich ja schon angekündigt, dass ich doch mal wieder eine Waffe aus dem Shop nehmen möchte. Und zwar ein Waffenwunsch, der vor einigen Wochen von euch reinkam. Haben sich zwei Leute gewünscht. Und zwar der Fernblaster. Da ist er. Da ist der Fernblaster. Den werden wir heute nehmen. Nächste Woche ist es natürlich Splatfest. Da werden wir ein Splatfest-Video auch aufnehmen. Da werde ich keine neue Waffe nehmen. Und danach die Woche geht es wieder mit Ordnungswaffen erstmal wieder weiter. Da haben wir ja auch noch ein paar vor uns. Von daher. Genau. Das dazu. So, mit dabei sind in meinem Team Kevin und Blade. Im Gegnerteam Ben. Und jetzt haben wir es hier reingeschafft. Wir haben eine ganze Weile gewartet, weil wir erstmal auf 14 Uhr warten mussten. Und dann hat das jetzt auch nochmal eine Weile gedauert. Ich glaube, ab nächster Woche werde ich es so machen, dass die Aufnahmen vielleicht 15 Uhr sind. Weil dann sind wir zur ungeraden Stunde. Und müssen nicht unbedingt auf Mapwechsel warten. Und das ist heute doch ein bisschen sehr, sehr dolle nervig gewesen. Jetzt ist es gerade 14.09 Uhr. Normalerweise fangen wir schon direkt immer 14 Uhr an. Richtig. So verdöhnt sich das immer weiter nach hinten raus. Und das muss jetzt nicht sein. Und nein. Ich hasse Splatter. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ah, Mann, ey. Aber gut. Heute mal wieder, wie schon gesagt, mal eine Waffe aus dem Job. Zur Abwechslung. Ich denke mal an das Blatt, was werden wir auch wieder so zwei, drei Ordnungswaffen machen. Dann wieder eine neue Waffe aus dem Job. Und dann vielleicht die restlichen oder eben so. Wir haben ja da noch einige vor uns. Aber wir haben ja auch noch viel Zeit. Bis Platoon 4 rauskommt, wird es noch ein bisschen dauern. Eventuell. Ja. Was? Das Erste hat ihn nicht gehittet und nicht gekillt? Ernsthaft? Ich habe da extra geschossen, weil ich wusste, dass er da ist. Nö. Und dann ist er trotzdem da und ich habe ihn nicht bekommen. Ist ja nicht wahr. So. Hoch hier. Let's go. Das ist wieder der Sniper. Ne, du kriegst mich jetzt nicht. Jetzt hat er diesen Tintikrator. Mensch. Muss ich jetzt so leider flüchten. Er schießt das zu mir. Was ist er denn für einer? Ey. Ja, beide. Beide Erbwörsen sind auf mich draufgegangen. Ich habe kaum Schaden mit dem Roller. Oh mein Gott. Komm, kill ihn doch. Ich. Ich kann Blaster nicht spielen. Ihr werdet heute keine gute Leistung von mir sehen. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal einen Killen kriege. Also. Blaster. Ja, gut. Blaster an sich geht ja noch. Aber Fernblaster ist noch schlimmer. Also. Fernblaster. Es gibt nichts Schlimmeres. Außer. Gut. Splatana gibt es noch. Aber sonst. Ich kann kein Fernblaster. Leute. Ihr wolltet das unbedingt sehen. Ihr seht das. Wie ich hier ablose. Und ja. Natürlich ist meine Haftbombe da jetzt zerstört worden. Nein. Ich hätte ihn fast gehabt. Aber der hat mich noch gekillt. Na toll. Ja. Frag mich mal so ein Erbschopper. Snipe habe ich dich. Der Jump deiner. Ja. Ab ihn. Yes. Zwei Kills. Ich bin zufrieden. Ich bin die letzte Beine im Übrücken. Versuche hier nochmal umzufärben. Wo es geht. Vielleicht auch. Jetzt mal hier hoch. Komm. Ich hab den Donner gekillt. Mensch. Ich hab sogar noch das Geräusch gehört. Dass ich ihn getroffen habe. Ach man. Das war keine gute Runde. Aber naja. Das war einfach nicht gut. Ich muss mich erstmal mit Firmblocks auch so ein bisschen einspielen. Vielleicht wird es im Laufe des Parts ein bisschen besser zumindest. Aber große Leistung erwarte ich hier trotzdem nicht. Auf keinen Fall. Ich bin mit zwei Kills überhaupt schon zufrieden. Das ist mehr als sonst vielleicht. Mal gucken wie die anderen Runde wären. Zwei, fünf. Ja. Aber wir waren alle da jetzt nicht ganz so gut. So. Oh. Bin es jetzt in meinem Team. Und ihr seid jetzt so bei dem Gegnerteam. Kevin und du. Alles klar. Dun, dun, dun. Guck mal. Wie ist es jetzt hier auf den Uyami-Ruinen. Funktioniert. Aber wie auch immer die heißen. Uyami. Kusaya-Quell. Ne? Stimmt. Die Uyami-Ruinen waren ja was anderes. Waren ja eine andere Map. Stimmt. Wie kam ich denn jetzt auf die? Oh ne. Wer hat da jetzt so eine Roller? Fast. Roller ist ja ganz schmutz. Und jetzt sind schon fast alle tot von uns. Wir haben ja zwei. Ne. Warum habt ihr Roller? Wir machen einfach zack und weg sind sie. Komm, komm. Ja, bleibt. Ich hab dich mitgenommen. Ein Kill. Ich hab ein Kill schon mal. Ja, da war alle von euch schon tot. Ja. So, wer ist hier ein Färbwaffe? Hier ein Ninshet. Ist ein Färbwaffe. Komm, komm. Der hat doch... Ja, ich hab noch einen Kill. Ich hab jetzt... Zwei Kills. Zwei Tode. Komm, noch mehr. Noch mehr. Ich will jetzt noch mehr Kills haben. Komm her, du. Da hinten. Ja, Kevin. Ich hab drei Killz. Ich hab ne positive KT. Noch. Mal sehen, wie lange noch. Ich hab Ben. Warum? Geh weg. Nein, Ben. Äh, Blade. Ich hätt Ben sogar gekillt. Komm, komm. Ja, ich hab ihn noch. Yes. Ach, was ist denn das hier für ne Färbeleistung hier in unserer Base? Ich bin doch im Färben, Lasse. Ich kann doch nicht färben. Leute. Gerade hier, hier. Sag nicht was. Mr. Ordnung. Gedöns. Kleckser. Gedöns. Und Mr. Disperser. Was macht denn hier? Ordnung. Kleckser ist ja Ben. Achso. Oh. Sorry, Ben. Du machst alles richtig. Du bist sehr gut im Killen. Da, ja. Du machst alles richtig. Ich dachte, das wäre der andere random gewesen. Ähm. Die Doppler haben zwei jetzt überlebt. Oh mein. Ich vermute mal, Ben ist in der Zwillingezeit nicht gestorben. Daher ist... Für ihn ist das verdient. Das mit einem Färben, aber die anderen beiden halt. Die sterben doch im laufenden Band. Warum färben sie nicht mal ein? Ja, ich... Ich komme nicht raus. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Und ich habe mich innerlich sehr doll gefreut. Ja, ich frage mich auch, was der Steam gerade macht. Ich frage mich das genauso. Nein, Blade. Und ich habe Ben wieder geh... Ich hatte Ben genau gehittet und er stirbt nicht. Oh, ich habe noch einen Kill. Oh mein Gott, ey. Ja, ich habe noch einen Kill. Ich bin zwar tot, aber ich habe noch einen Kill. Oh mein Gott. Besten Runde ever mit Pernblasser. Sprich nochmal zu ihm hier vorne. Nee, ich wollte doch... Warum springe ich denn hier hinten hin? Ich habe doch zu den anderen gedienst. Ich finde das gerade sehr komisch, dass ihr immer wieder meine Rolle jetzt überlebt. Oh mein, wir haben so jemanden. Krass. Ich habe mir wohl irgendwie fünf Kill verwiesen vom Spiel. Ja, mein. So, jetzt bin ich auf meine KD gespannt. Das war ja mal eine Runde, die nicht normal war. Zehn, fünf. Was? Ich bin kein Fernblasser-Spieler, also gar nicht. Ich glaube, ich hatte mit Pernblasser noch nie so viele Kills. Ich hätte 13,7 gehabt, im Übrigen. Aber nee, hast du nicht. Oh, schön. Das war eine schöne Runde. Auch wie oft ich dich bekommen habe. Das war auch schön. Ja, das war schön. Wir haben so ewig lang gesucht. Ich glaube, fünf Minuten mindestens. Bei mir stand schon 270 oder so. Ja, nicht ganz fünf Minuten, aber wir haben sehr, sehr lange gesucht. Sehr, sehr lange. Okay, vielleicht ist es wieder im Gegnerteam. Dafür ist Kevin jetzt in meinem Team. Alles klar, let's go. Let's go. Nach der letzten Runde bin ich jetzt dann doch ein bisschen motiviert. Komm, da habe ich gleich schon mal einen. Ja, da oben, Pinguin, bist du gut hingegangen. Da konnte ich dich leichter treffen. Ah, da hat jemand. Krabbe, krabbe, krabbe. Nine Blade. Okay, Kevin ist schon mal weg. Bist du hier noch irgendwo, das weiß ich. Ach, Mann, da war jemand woanders. Ach, du bist ja nicht mehr der Roller. Ja, moin. Ich dachte, du bist noch der Roller. Daher dachte ich, ich kämpfe die ganze Zeit gegen dich. Naja, ich bin der, äh, ich bin jetzt der Feind, das war so. So, du bist wieder weg. Der Roller kann gerne abhauen. Die habe ich nicht gesehen. Oh, Mann, oh. Come on, Pima, jetzt. Ja, dieses Mal sieht es nicht ganz so gut aus. Aber, ganz normal, wir sind noch sehr weit am Anfang. So. So, haben wir dich schon mal. Noch bin ich nicht tot, noch bin ich nicht tot, noch bin ich nicht tot. Nein, nein, nein. Lass es schön sein, lass es schön sein. Warum ist mein Ding schon down? Nein, die können... Ach, bämm. So, Penguin ist weg. So, let's go. So, weg mit den... Weg mit der Airbrush bei unter der Base mal. Ah, Kevin. Was? Ach, Mano. Ich war doch schon weggegangen. Was war das gerade da für ein Leck? So. Er ist auch weg. Nein, Penguin, das machst du dann nicht. Wow. Ui. Ja, Blades, hab ich dich. Bei mir kamen gerade zwei Schuss auf einmal. Was? Okay. Ich habe so oder so das Gefühl, dass es hier ordentlich laggt. Also, ich habe vorhin auch schon so eine ähnliche Situation. Ich habe keine Tinte. Ich habe keine Tinte mehr. Oh, nee. Oh, natürlich. Ey. Es kommt mir sofort, wenn ich auch nicht werben wollen. Oh, 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 oh. Das könntet ihr sogar noch übernommen. Nee. Alle war bei uns in der Base. Ah, okay. Ich finde es so dumm. Das Spiel braucht unbedingt mal richtige Connection da. Ja, das stimmt. Unterschreibe ich zu tausend Prozent. Ja, eben sagt... Ich stehe sogar hinter der Wand und der Suka wornet mich durch. Ja. Das habe ich aber auch häufiger. Ich werde angeschossen, verstecke mich hinter der Wand, aber werde trotzdem noch getötet. Das ist so oft... Ah, jetzt heißt es mal wieder fünf Minuten warten. Juhu. Ja, gut. Es waren nur zwei Minuten jetzt. Und wir sind alle dreimal in einem Team. Ja, sehr schön. Und ich bin... Ich ist auch noch mit dabei. Cool. Und die Scheunensiedlung. Na, gucken wir mal. Erstmal cooles Outfit hat dieses Ich. Und dann... Gucken wir mal, dass wir jetzt irgendwie was hier gerissen kriegen. Ja, die Tür hier. Egal. Okay, hier ist noch keiner. Zum Abschießen. Da unten. Komm. Ah, nee. Ich hätte den direkt hinten müssen. Alles klar. Steht er einfach in meiner Tür. Ich... Hörte mich einfach durch... Den Crab Tank und durch die Wand durch. Und woher hättet es mich. Was... Was sterben jetzt hier? Ah, da war jemand. Komm mal. War mal, hab ich den gekillt? Nein. Mann, auch. Achso, warte. Ben ist ja... Stimmt. Ja, wir sind zwar zu dritt jetzt. Aber stimmt, Ben ist ja... Irgendwie war ich gerade verwirrt. Diese langen Wartenhunden, die verwirren mich. Es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn wir alle vier in einem Team gewesen wären. Aber vielleicht die letzte ohne gleich. Das wäre echt nice. Weil ich sagte, alle drei in einem Team... Wir sind ja vier, Mann. Ich bin schon alt. Ich bin alt. Ich bin ja jetzt offiziell im vierten Jahrhundert alt. Ja, die Runde läuft jetzt nicht ganz so perfekt wie die letzte. Komm, komm. Habe ich dich. Ja, habe ich dich. Da ist ja noch jemand. Habe ich dich auch. Yes. Der musste halt aus seiner Tinte rauskommen, was ja so schön war. Nein, das machen wir nicht, Ben. Das machen wir nicht. Ich frage mich zwar, wie ich das schaffen konnte, aber... Ha, vielleicht auch Internetlacks. Nein! Oh, ich wusste nicht, dass das ein Roller ist dort. Dann wäre ich ja nicht dahin gegangen. Guck mal, da können wir ja mal kurz... ...unspringen. Äh. Kannst du dir bitte käseln? Äh, Nick. Äh, im Nahkampf bin ich ganz schlecht damit. Oh mein Gott, ich hab... Da bin ich ganz, ganz schlecht. Ja, ich kann halt auch nichts machen, ne? Ja, alles gut. Ben abmärchen. Da kommt Ben von rechts, im Übrigen. Alles klar. Ich hab noch den einen bekommen. Bin aber selber tot. Ein Roller färbt in der Mitte. Bei uns, so ein bisschen auf der Seite. Okay, sehr gut. Jetzt nochmal ab. Ich hab noch einen. Ja. Ich hab noch einen. Ah, ich hätte... Ich hätte runterspringen sollen. Auf die andere Seite halt. Das ist unser One. Das ist unser One. Ja, ich glaube auch. Ich war bei denen noch ein bisschen. Das ist gut. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, das war jetzt mal wieder keine gute Leistung von mir. Ich hab vielleicht zwei, drei Kills und... ...bin sehr häufig gestorben. Aber okay. Wie man einfach beim Outfit da... ...wie das so... ...krank ist. Dieses Outfit. Ne, ich hab fünf Kills. Ernsthaft? Krank. Okay. Ja, dann... ...letzte Runde. Gucken wir mal nochmal, was draus wird. Ah, jetzt haben wir über drei Minuten gewartet. Alles klar. So, bleibt in meinem Team. Ich muss positiv anmerken... ...dass wenigstens... ...nicht ein einziges Mal Ben und Blade gleichzeitig im Team waren. Daher war es dann relativ ausgeglichen heute. Obwohl, beide in einem Team... ...dann wäre ich aber auch gern... ...ein Viererteam hätte ich gerne neu gehabt. Wo wir alle vier in einem Team sind. Aber... ...ja gut, das halt nicht. Das halt nicht. Ist halt so. So, was färbe ich hier überhaupt um? Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe von... ...Hanklin. So, wer... Hast du einen Blaster? Du hast einen Blaster. Ich habe drei gekürt. Ja, klar, was... Nee, Mann. Schade. Na, bei mir hat er zu Hause. Ja, jetzt... ...dick kam ein Weibler geflogen und dann war ich tot. So, danke an die Sprungboje. Ich habe wieder drei. Ja, Ben ist der Tote schon mal gut. Blade du Maul hast das, oder? Ja, ich habe gedacht. Ich bin doch für sich so starken, ist gut, aber da war ich halt noch. Ich habe die noch bekommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Abbombe mich da noch killt. Ich dachte, ich bin weitgekürt. Ja, ich... Ich... Ich springe zur Sprungboje. Weil ich glaube, ich war zu dolle verletzt, aber ich habe die mich noch bekommen. Oh Gott. Okay, ich habe zumindest einen noch geholt. Ich konnte gerade diese... Die vorgesehen, super. Diese eine Bombe nicht ausweichen. Wie heißt sie, wie heißt sie, äh... Was in der Luft so kurz stehen bleibt und dann den Gegner anvisiert. Wie heißen die? Torpedo? Torpedo, genau. Da... Die habe ich jetzt nicht... Nicht getroffen und dann... Mit Blaster konnte ich nicht so schnell nochmal schießen. Alles klar. Ich höre den Direct-Clown, aber die doppelgebernehmung. Nein, man hättet das aus, meine App ist leer. Ich habe vergessen, ans Ladekabel zu machen. Äh, Blade, ja, ich höre dich jetzt erstmal nicht. Äh, erstmal nicht gleich sterben gehe. Ich gehe sterben. Gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ladekabel. Ist das das Richtige-Ladekabel? Ich hoffe. Nein, das ist nicht. Schnell, 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 schnell. Ja, komm. Ey, sonst kriege ich das schneller hin. So. Wunderbar. Let's go. Oh, ne, nicht gut. Viel zu lange gerade im Ladekabel. Nee, braucht natürlich der Hai. Natürlich hat er hinten einen Hai. So, gleich ist es auf jeden Fall an. Geht gerade an. Ey, ich frag mich, wie diese Doppler Direct überleben die ganze Zeit. So, ich bin, ich höre dich wieder. Ei, ei, ei. Oh, ne, das ist eine Katastrophe gerade. Ben ist tot. Aber Teamage, ihr habt gerade gut in der Gegnerbase einen. Ja, ich hab hier drei. Sehr gut. Ja, diese Doppler lag wie kein anderer. Was heißt, sind die das Problem sogar? Sind die die ganze Zeit schon bei uns in der Runde? Also auch die letzten Runden? Waren die schon da? Die sind seit Runde zwei dran. Ah, okay. Ja, könnte möglich sein. Aber wir brauchen halt auch ewig lange, um eine Runde zu finden. Ich könnte mir ja gut vorstellen, dass Platon generell eh Probleme hat. Ja, das habe ich verloren. Ja, leider ja. Aber gut, dafür war es trotzdem heute, zumindest für mich persönlich, sehr, sehr erfolgreich von den Runden her. Und so eine Runde gehabt, wo ich doch ein bisschen performt habe. Das hätte ich nicht so gedacht. Ja, die Doppler haben halt dreimal Direct überlebt. Okay. Ja, was wir jetzt noch schnell machen, ist ein Team auswählen. Und ja, ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen gegrübelt, herumüberlegt. Und ich denke mal, ich bleibe bei Team Küken, so wie ich am Anfang das auch nehmen wollte. Weil mich das am meisten jetzt so von den dreien anspricht. Hase wäre noch auf Platz zwei für mich gewesen. Aber irgendwie schreckt mich das Bild da so ein bisschen ab. Obwohl Hasen auch süß sind, aber ja, irgendwie, ja. Und der Bär. Ja, ganz ehrlich, der Bär. Also der Bär. Bären sind zwar auch knuffig, aber irgendwie habe ich dazu jetzt eher weniger in Bezug. Von daher, nehmen wir Team Küken. Ganz einfach. Am Samstag ab 18 Uhr gibt es dafür einen Livestream. Und wer da natürlich mitmachen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Wer Team Küken auch ist, kann er auch mitspielen. Und ja, genau das. Genau das. Ich bedanke mich bei Kevin, Blade und Ben, dass sie mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und Tschüss. Was? Wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal.